Peace, Freunde der gepflegten Investitionen. Heute, wie ihr wahrscheinlich schon unschwer im Hintergrund und am Titel erkennen könnt, wird es zum Helium-Mining gehen. Einige hatten sich einfach nochmal ein Update gewünscht. Wie gesagt, ich habe jetzt endlich meinen Helium-Bobcat-Miner und ja, da kamen einfach sehr, sehr viele Fragen. Was machst du damit im Monat? Wie ist es mit der Sicherheit? Weil das ja schon sehr transparent ist, wenn man auch auf den Seiten unterwegs ist. Und ja, wie sieht es auch stromtechnisch aus? Wie gehe ich das an? Ist das einfach? Lohnt es sich noch? Also sehr, sehr viele Fragen. Und ich versuche es einigermaßen strukturiert, euch mitzuteilen. Ich werde auch mal wieder das ein oder andere Bild einblenden, damit ihr einfach seht, wie so ein Teil auch aussieht. Und was ich dann nochmal für eine Lösung einfach dazwischen geschaltet habe. Zwecks Sicherheit. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Für alle, die noch am Start sind, natürlich sehr, sehr gerne Insta abchecken. Habt das auch wieder im angepinnten Kommentar. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeischaut. Kommen auch tägliche Storys. Der ein oder andere Kryptokauf wird auch mal gezeigt. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich würde aber sagen, wir fangen direkt an. Und zwar, wie beginne ich? Oder ich hole noch weiter aus. Ich habe ja vor einem halben Jahr das Video gemacht mit der ganzen Sache, wo ich Helium einfach nochmal erklärt habe. Und ihr seht jetzt auch schon hier im Hintergrund, es sind aktuell 341.000 Hotspots. Als wir das damals gemacht haben, waren das 20.000, 25.000 Hotspots. Und habe da halt einfach schon das Potenzial erkannt. Deswegen habe ich relativ schnell dann auch bestellt. Auch wenn das jetzt sehr, sehr lange ging. Die Lieferzeiten sind aktuell immer noch ein Problem. Ich glaube, auf der Helium-Seite kriegt man aktuell noch nicht mal welche. Und nur mal so als Fun-Fact. Damals haben die Dinger 350 Euro ungefähr gekostet. Ein Kollege hat vor zwei, drei Tagen seinen auf Ebay verkauft für 1700 Euro. Also fängt echt schon an wie damals mit den Minern aus China. Das waren ja diese Bitmain Endminer. Und das war damals auch pervers. Also man hat die gekauft. Und als sie dann da waren, sind die Preise so explodiert. Und so ist es jetzt halt bei Helium auch. Deswegen fragen sich aktuell auch viele, soll ich das Ding überhaupt selber laufen lassen? Oder ist es vielleicht schlauer, das zu verkaufen? Also das kommt halt wirklich, wie gesagt, auf euren Standort an. Ihr seht auch hier im Hintergrund eben, wo das gerade gut abgedeckt ist. Ihr könnt da auch nochmal ein bisschen näher reinzoomen. Dann seht ihr auch einfach nochmal verschiedene Solutions, beziehungsweise Hexfelder. Und die sind nochmal in Solutions untergeteilt, wenn ich das jetzt richtig erkläre. Und das ist halt einfach so, Solution 10 ist das Niedrigste. Das heißt, dort sollte, wenn Resolution 10 quasi angezeigt wird, kein Miner mehr stehen. Wir können aber hier auch nochmal ein bisschen reinzoomen, damit ihr das seht. Also ihr seht hier diese 6-Ecke. Jetzt ist es hier zum Beispiel Freiburg. Und ihr seht dann hier eben die Zahl. Also wenn jetzt hier eine 10 ist oder so, dann würde ich dort keinen Miner mehr hinstellen. Beziehungsweise dann stellt man keinen Miner mehr hin, weil es sich halt einfach nicht lohnt. Und umso niedriger, umso mehr Platz ist dann dementsprechend auch. Man muss natürlich trotzdem erstmal auf Höhe achten. Das ist bei den Dingern ganz wichtig. Wenn ihr seht, ihr seid in einem guten Hotspot, dann kann man es mal anstecken. Da muss man halt einfach gucken, weil es gibt nicht pauschal einen Preis, den ich euch nennen kann bei euch jetzt. Dass ich sagen kann, okay, wenn ihr in 2 seid, dann macht ihr mindestens Betrag X oder sowas. Das weiß ich nicht. Und das sieht man auch hier nicht. Das heißt, bei mir habe ich es auch wirklich erst gesehen, als ich das angeschlossen habe, was dann monatlich an Profit rausspringt. Also das ist schon am Anfang vielleicht ein bisschen kompliziert aufgebaut. Aber wenn ihr das Teil angesteckt habt, das ist echt halb so wild. Man muss natürlich dazu sagen, ab und an gibt es mal einen Ausfall von dem Ding. Aber das ist jetzt kein Hindernis unbedingt. Deswegen immer hier drauf achten, mal euren Wohnort einfach nachschauen und mal ranzoomen, gucken, wie es bei euch da aussieht, ob es Sinn macht, ob es keinen Sinn macht. Aber wie gesagt, nochmal Höhe ist das Wichtigste. Also viele haben mich auch gefragt, ich wohne im Erdgeschoss, wohne in einem kleineren Dorf und dort geht das dann überhaupt im Erdgeschoss. Da habe ich auch gesagt, gut, das musst du auch auf der Karte schauen. Das kann ich dir so nicht sagen, aber 100% siehst du es eigentlich auch erst, wenn du das Ding ansteckst, weil davor ist es halt nichts 100%iges, nichts Handfestes. Da haben auch einige dann eben gemeint, ja, soll ich nicht eine Antenne dran machen? Es gibt ja noch diese Antenne auf der Seite, die man auch noch dazu bestellen kann. Klar, die Antenne macht nochmal ein bisschen was aus, aber das kann man machen, wenn man wirklich schon Höhe hat, wenn man einen guten Standort hat. Dann könnte man on top nochmal die Antenne machen, die holt dann nochmal ein bisschen mehr raus. Aber es ist nicht so, wenn ihr im Erdgeschoss wohnt, eine Antenne dran macht, dann macht ihr irgendwie das Zehnfache. Das ist auch nochmal ganz wichtig, bevor ihr euch da unnötig irgendwie eine Antenne bestellt, sucht euch erstmal einen gescheiten Platz, weil das muss ja nicht zwingend bei euch zu Hause sein. Ihr könnt natürlich auch bei Freunden, Verwandten, Familie oder sonst wo mal nachfragen. Vielleicht habt ihr da irgendjemanden, wo ich gerade in den Kopf komme, wo ihr sagt, ey, das ist ein guter Platz oder könnte ein guter Platz sein. Dort versuche ich es mal und so machen es aktuell viele. Man spielt mit den Standorten, man guckt mal, ob es hier besser ist. Man schaut mal in der Ecke, weil es ist halt aktuell noch ein relativ frisches Thema. Und ich meine, damals als ich es vorgestellt hatte, war der Coin glaube ich bei 20 Dollar. Jetzt ist er bei über 40 und das Thema ist halt noch sehr am Anfang. Und das wird auch noch meiner Meinung nach immer weiter ausgebaut und das wird auch noch richtig knackig. Also ich werde das Ding auf jeden Fall laufen lassen. Ich kann euch ja hier auch mal Bilder einblenden, was man in Freiburg damit macht, damit ihr einfach auch mal einen Preis habt. Also ihr seht es hier, es sind über 500 Dollar im Monat und das ist nur ein Stück. Also man könnte jetzt natürlich das Ganze auch ausbauen. Ich habe es aber auch schon mal damals in einem Video erwähnt. Es ist jetzt nicht erwünscht, dass man in einer Wohnung 10 Stück aufstellt. Das funktioniert auch nicht, weil die einfach eine gewisse Reichweite, also ein bisschen Entfernung brauchen, damit das überhaupt funktioniert. Darf nicht zu weit sein, darf nicht zu nah sein. Aber so wird halt einfach verhindert, dass sich ein Typ 50 Stück einfach in seine Wohnung stellt, beziehungsweise irgendwo an der Wand befestigt oder sonstiges. Dafür ist es nicht gemacht. Dann eigentlich nur kurz zu, wie funktioniert es. Es ist eigentlich relativ simpel. Also es gibt auch eine App dafür, egal ob ihr jetzt iOS habt, ob ihr Android habt, ihr lädt euch die App runter, stellt eine Bluetooth-Verbindung her mit eurem Endgerät im Endeffekt und wichtig, öffnet den Port. Ich werde euch unten auch nochmal eine Anleitung einfügen, wie ihr die Ports öffnet. Das ist eigentlich kein Hexenwerk, das sind halt zwei, drei Schritte, die ihr machen müsst, aber es sollte jeder hinbekommen. Nochmal wichtig, die Portnummer ist 44158. Also das könnt ihr euch auch notieren. Das ist einfach wichtig. Wenn ihr den Port nicht aufmacht, könnt ihr natürlich auch machen, dann sind aber die Rewards deutlich niedriger. Deswegen Port öffnen, den Port nochmal einpflegen und dann habt ihr automatisch auch mehr Profit im Monat. Dann kommen wir auch nochmal zum Thema Sicherheit. Ich habe es schon mal erwähnt gehabt. Ich habe einfach bei den meisten Videos oder eigentlich bei gar keinem Video gesehen, dass sie ein VPN benutzen. Also alle machen das wirklich ohne. Das ist jetzt nicht so mein Ding, weil man ist halt einfach, wenn man über Helium Mining oder über Helium meint, extrem transparent. Man sieht teilweise Wallet-Adressen, man sieht Daten, man sieht die IP, die eigene Haus-IP, die eigene Home-IP. Und da bin ich jetzt nicht so der Freund von, weil Behörden können das direkt nachschauen. Gerichte können das veranlassen, direkt nachzuschauen. Polizei kann das direkt nachschauen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Dreck am Stecken hätte, aber ich finde, das sind einfach sensible Daten, die man nicht preisgeben muss und darf. Also das sind einfach sensible Daten, die ich nicht unbedingt freigeben will. Nicht nur wegen behördlichen Sachen, sondern auch im Falle von Hackern. Also da muss man einfach aufpassen. Deswegen habe ich jetzt den VPN dazwischen geschalten. Sind auch nicht teuer. Also ich habe euch mal eine Alternative. Ist jetzt keine Werbung oder irgendwas. Aber es gibt zum Beispiel von OVPN, die bieten das Ganze an. Da könnt ihr euch so ein VPN einfach bestellen. Ich werde es euch hier nochmal einblenden. Das ist halt so ein Zwischenadapter, der einfach nochmal zwischen hängt. Und so seid ihr halt einfach anonym. Viele IT-Leute werden jetzt vielleicht sagen, ja ich mache einfach die Ports aus. Mach das über eine P2P-Adresse, dann bin ich ja auch anonym. Ja, bist du. Aber das Problem ist halt, die Rewards werden dadurch extrem gedrückt. Und so bin ich anonym und habe trotzdem maximalen Profit. Und das hat mich nur gewundert, dass ich das bisher noch in keinem Video gesehen habe, weil das macht extrem viel aus. Das ist, denke ich, so mit der wichtigste Tipp auch in dem Video. Hängt euch einfach ein VPN dazwischen. Ihr werdet das vielleicht auch vom Handy kennen. Viele haben das einfach drauf, um anonym zu surfen. Funktioniert ähnlich. Es ist halt einfach so, wenn ihr jetzt zu Hause über das Netzwerk das Ganze macht, wenn ihr eine Internetverbindung aufbaut, habt ihr eine bestimmte IP-Adresse. Wenn das Internet gekappt wird und wieder neu aufgebaut wird, dann wechselt die IP-Adresse ja immer. Und ihr bekommt automatisch wieder eine neue Home-IP zugewiesen. Das ist beim VPN eben nicht so. Das heißt, wir haben über den VPN eine eigene IP-Adresse, eben nicht die Home. Und so ist das nicht nachvollziehbar, wenn jetzt zum Beispiel jemand nachschaut. Okay, hier wohnt Herr XY. Da kann ich mich ja jetzt mal reinhacken oder sonst irgendwas. Weil die IP wird nochmal getrennt von der Home-IP angezeigt. Und so ist es jetzt nicht unbedingt rauszufinden, ob du das bist, wenn vor allem mehrere Parteien in dem Haus oder sonst wo wohnen. Deswegen ganz, ganz wichtig. Thema Sicherheit. Hängt euch ein VPN dazwischen. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt. OVPN, da gibt es auch gerade ein Angebot. Wie gesagt, es ist keine Werbung. Aber dort kostet ein Jahr 49 Dollar für die VPN. Und für die Ports nochmal 24 Dollar pro Jahr. Also lohnt sich definitiv, wenn ihr euch das mal runterrechnet auf den Monat. Kostet dann halt ein paar Euro mehr. Aber ja, es lohnt sich. Wie gesagt, Sicherheit oder gerade Punkt Sicherheit sollte man auf jeden Fall nicht sparen. Dann haben mich einige nochmal gefragt zu dem Verbrauch. Weil viele eben gesagt haben, ach, Mining, das ist ja sehr teuer. Du hast doch damals auch aufgehört mit Mining, weil die Strompreise so hoch waren. Also wir reden hier von einem Bruchteil wie früher. Das kann man nicht vergleichen mit einem Mining Rig von Bitmain. Also mit einem Endminer oder so, die ich damals eben auch hatte. Das sind ja ganz andere Geräte. Das ist jetzt alles, es ist mehr wie ein Hotspot. Sag ich mal, das braucht nicht viel. Wir haben hier jetzt einen Stromverbrauch von 5 Watt. Das, keine Ahnung, ist weniger wie eine Energiesparlampe, glaube ich. Also wirklich sehr, sehr wenig. Wir haben uns das auch mal hochgerechnet. Das sind am Tag 120 Watt, also 0,12 kW. Das heißt, es wären 12 Cent am Tag. Das wären 3,50 Euro im Monat. So, und ich denke, dafür ist das sehr, sehr rentabel. Ihr habt ja gerade auch gesehen, was monatlich damit machbar ist. Und wie gesagt, ich wohne jetzt nicht in Berlin-Mitte. Oder in Frankfurt, wo auch sehr viel los ist. Sondern halt wirklich auch in einer kleinen Stadt, ein bisschen außerhalb. Und ja, dafür bin ich sehr, sehr happy damit. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass man damit wirklich über 500 Dollar im Monat macht. Weil es ist halt wirklich kein Arbeitsaufwand. Einzige Problem ist halt, aktuell die Dinger zu bekommen. Aber grundsätzlich geht es auch über Ebay. So, wenn ihr da ein bisschen sucht, werdet ihr um die ab 1000, 1500 auf jeden Fall was finden. Also nochmal zusammengefasst, für alle, die sich es überlegen oder die vielleicht jetzt sogar schon ein Zuhause haben. Ladet euch am besten direkt die Helium-App runter. Macht dort einfach diese Schritt-für-Schritt-Anleitung. Koppelt das Ganze mit Bluetooth. Ganz wichtig, öffnet die Ports. Eben auf den Port, lasst mich nochmal kurz nachschauen. 4, 4, 1, 5, 8. Einfach nochmal, um die Rewards zu erhöhen. Dann macht die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Hängt gegebenenfalls nochmal ein VPN dazwischen. Einfach nochmal, damit ihr den Aspekt Anonymität, Sicherheit einfach abgedeckt habt. Weil, was ich da jetzt auch vorhin noch nicht erwähnt hatte. Es gibt, wie gesagt, das Vorratsspeicherungsgesetz. Das heißt, es ist halt einfach alles nachvollziehbar. Und ihr seid halt so 0,0 transparent. Deswegen bin ich einfach nochmal auf die Lösung mit dem VPN zurückgegangen. und denkt, das ist somit das Beste, was man oder wie man das Ganze machen kann. Und ja, wie gesagt, wenn ihr nochmal Fragen habt oder irgendwas euch interessiert, stellt das gerne oder schreibt es mir auf Insta. Da beantworte ich ein bisschen mehr wie hier auf YouTube. Weil ich da einfach öfter drin bin auch täglich. Deswegen checkt es ab. Ist wie gesagt im angepinnten Kommentar. Und ja, lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr einen Mehrwert davon hattet. Und ja, würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall spätestens wieder am Montag. Und bis dahin wünsche ich allen schon mal ein schönes Wochenende. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.